Hey, willkommen zurück zu Mafia 3 und beim letzten Mal wurde es richtig interessant, weil wir haben die drei Missionen der Unterbosse freigestellt. Also nicht nur dieses ganz normale Boote klauen, Trucks klauen und so weiter, sondern jetzt richtige Missionen. Da haben wir eine für Vito gemacht und jetzt fahren wir mal zur Voodoo-Tante. Mal schauen, was die da geplant hat. Ich habe gelesen, dass es wohl so ist, dass man auch Territorien zuweisen kann und dafür aber Missionen machen muss und die möglichst gleich halten soll, damit die Loyalität oben bleibt, weil ansonsten kann es sein, dass einer eurer Untertanen sich da gegen euch wendet. Und deswegen machen wir, glaube ich, alles schön gleichmäßig. Erstmal von jedem eine Mission und dann mal schauen, wenn wir das freigeschaltet bekommen, Territorien zuzuweisen. Vielleicht, wenn wir für jeden eine gemacht haben. Für Vito mussten wir jetzt jemanden killen. Gucken, was wir für, mal, wie heißt die? Cassandra, glaube ich, ne? Die Voodoo-Tante. Oh, was ist denn hier? Ja, glaube ich. Ich weiß es, ob du noch braucht. Nichts anderes, shall we? Perle used to put these under our beds. Thought they'd keep us safe. Fear drives people to seek out all manner of protection. God. The Invisibles. Noah. But sometimes, that is not enough. No weapon formed against us shall prosper, right? Not with a .45 in my hand. The white government says we don't have a right to arm ourselves, that we can't be trusted. But the folks around here, all they looking for is a little peace of mind. There are stashes of guns hidden in this city, I need you to steal them. You sure this is about the hollow? I don't need you starting a revolution, fucking everything up. When you out there running around killing all those crackers, what do you think people will see? I'll tell you what they see. A crazy nigger. A nigger part of a savage hole that needs to be exterminated. Well, I don't give a shit one way or another. They can come after me. And what happens when you're not around and another black man or woman is, huh? We owe the same to them! Don't you think the people of this neighborhood, the mechanic, the housewife, have a right to defend theyselves? History tells me that giving you more guns might be unhealthy for me. To me, it's not like that. Not anymore. I'll see to it. They get in the hands of the right people. I'll see what I can do. And don't worry. I'll make sure you benefit as well. Don't push me, Cassandra. You know, at some point you're gonna have to trust me. Maybe. We ain't there yet. Where are you from? Where are you from? Okay, I think we'll get the 44. Can we do that now? 44. Entfure the last one from the weapon and bring him to Cassandra. Yeah. I think that's the mission we'll get. We'll get the 44. Let's see. Yeah. Shit! Oh, ist er da runter? Ach, wir müssen da rein. Wird der hier jetzt so? Ne. Wie kommen wir denn da hinten? Wir springen da einfach runter, oder? Oh, hier ist schon einer. Vielleicht können wir den ganz schnell erledigen. Ich hoffe, keiner hat uns gesehen. Da kommt noch einer. Nein. Hier sind wir auch. Hier kommt noch einer. Kommt da jetzt die Tür raus? Ja, kommt die Tür raus. Das ist ja prima. Die kommen alle zu uns. Wie haben wir denn da noch? Zwei Stück da hinten und oben noch eine. Hier war da auch irgendwo eine, oder? Da war der das. Mal gucken, ob wir hinten reinkommen. Ah, ne, hier ist Wasser. Ach, hier ist noch eine. Oh, praktisch. Und direkt ins Wasser gespielt. Ich glaube, wir machen erst oben den fertig. Ich weiß nicht. Weil sie uns nicht sehen. Ich glaube, die sehen uns. Dann haben wir das noch. Hm. Wir könnten doch einfach den Wagen klein und abhauen. Ich glaube, ich gehe erst mal nach oben. Ich glaube, ich gehe erst mal nach oben. Ich gehe erst mal nach oben. Ich gehe erst mal nach oben. Das ist ja alles, was wir noch haben. Du sprach mit deinem Freund? Er und mein Liefer. Sie sind die Wagen, die Leute zu wissen, ob sie Schäden wollen, sie müssen zu kommen. Ich habe schon gehört, dass ein Mann aus Litterrock kommen kann. Sie wollen so viele Schäden, wie wir sagen können. Ja. Wir haben das hier unten. Ist das nicht so wichtig, zu reden. Oh, er hat ja eine schöne Brille. Was? Ja, genau. Jawoll. Ah, jetzt kommen auch noch beide. Ist aber ganz schlecht. Hm. Okay, der eine ist aber schneller unterwegs. Na, komm schon. Komm, komm, komm. Oh. Der sieht jetzt die Leichen und dann kann der auch hier hin, oder? Na komm schon. Oh. Und das war's hier, oder? Sehr gut. Schnappen wir mal den Laster. Ja, ganz klar. Ah, hier. Oh, der lässt sich aber unglaublich schwer fahren. Na komm schon. Ach, da war sogar noch einer. Hm. Ach, da war's hier. Oops, sorry. Nichts passiert. Da bin ich ja mal gespannt, ob die uns jetzt schön mit einer Waffe versorgt. Ja. Oder ob's da nur ein Gefallen für gibt. Dann müssen wir erstmal rein zu ihr. Okay. Wo ist die Olle denn? Ach, da oben. Wo kommen wir denn da hin? Ach, und Geld hat sie sogar auch eingelegt für uns. Wir haben dieses Kindes Geld, wegen all dem Arbeit, die du getan hast. Die Olle wird stärker, welche Waffe du bringst. Keine Waffe. Was ist das? Okay, wir haben einfach nur mehr Aufträge jetzt freigeschaltet. Hm. Ja. Es geht weiter. Weiße Cassandra ein Bezirk zu. Okay, haben wir das jetzt bei dem Video auch? Ja, haben wir auch. Hier haben wir das noch nicht. Okay, bevor wir herausfinden, wie das Ganze funktioniert, würde ich sagen, wir fahren mal hoch zum Burg. Hm, wie können wir das denn auswählen? Ja. Und machen das erstmal. Ansonsten... haben wir vielleicht ein Loyalitätsproblem, falls wir den anderen beiden schon eins zuweisen können und dem anderen aber nicht. Und das wollen wir ja natürlich nicht. Wie kommen wir denn hier wieder raus aus dem... Sehr gut. Wo haben wir unseren Wagen geparkt? Ach ja, unser Wagen war ja gar nicht mehr da, weil wir mit dem Truck gefangen sind. Dann rufen wir uns doch mal einen neuen. Ach, jetzt können wir uns sogar... Pinkerton Titan. Gepanzerten Wagen. Oh. Was haben wir denn hier noch? Wilde Pferdestärken. Hm. Möchten Sie etwas, das schnort? Ja, unbedingt. Diesem Biest können Sie zum Tier werden. Oh, der sieht aber schick aus. Oh, der lässt sich richtig gut fahren. Oh, der lässt sich richtig gut fahren. Oh, der lässt sich richtig gut fahren. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr so gut wie vorher, aber... Jetzt wahrscheinlich nicht mehr so gut wie vorher, aber... Da müssen wir mal schauen, dass wir auch bald mal die Fahrzeug-Modifikationen freischalten. Weil das gibt es nämlich auch bei diesen Waffentypen, den man kommen lassen kann kostenlos. Da kann man immer neue Waffen oder Munitionen nachladen oder Schutzwesten usw. Und da gab es auch den Punkt für Fahrzeug-Modifikationen, die ich noch nicht freigeschaltet habe. Mal sehen. Vielleicht schaffen wir das, wenn wir ein paar Nebenmissionen von den Unterbossen hier abgeben. Oh, das ist aber knapp. Ich glaube, dann machen wir nämlich jetzt diese Nebenmissionen von dem. Und dann weisen wir jedem irgendwie ein Gebiet zu, wie auch immer das funktioniert. Und dann können wir wieder eine Hauptmission machen und dann wieder für jeden eine Nebenmission. So bleiben die, glaube ich, alle loyal. Ich glaube, man darf wohl nicht eine von diesen Untermissionen machen und dann eine Hauptmission. Weil es ja sonst in der Story irgendwie weitergeht. Kann sein, dass man Probleme bekommt mit den Unterbossen. Wobei ich meine, ich habe gehört, dass das wohl auch geht, dass man mit Unterbossen, falls man Probleme bekommt, die auch ausschalten kann. Aber die bieten uns ja ganz gute Sachen eigentlich an. Und auch Geld. Deswegen, warum darauf verzichten. Da ist aber extrem viel Polizei unterwegs. Oh, wie müssen wir nicht da reinfahren? Ich glaube, wenn wir den Straßenschelter ignorieren, ist dem das egal. Aber in den reinfahren, hat er, glaube ich, die Probleme sonst. Ach genau, hier auf dem Schrottplatz ist es jetzt. Ah, falsche Abbiegung. Ich glaube, wir sind da rein. Und wie wird es denn da sein? Und wie wird es denn da sein? Oh, meine Hörst. Ich habe eine Unterbarnung auf dem Knochen und alles. Hast du gehört den Sagen? Das ist ja auch nicht. Du hast es gehört, dass du mehr Flieger mit Hügel mehr holst? Hast du gehört, dass du das Zuckstelle? Dass du gehört, das zuhörst, dass du das zuhörst? Du hast es gehört, dass du das zuhörst. Du hast es gehört, das zuhörst? Du bist das zuhörst? Ich habe das zuhörst. A few times. I've seen about you, lad. It's personal. I got it covered. I need your full attention on what we're doing here. Can't have you running around with your head up your ass. Couple of lads come to me looking for wheels. You from around here? Belfast. Belfast. They're heavyweights. Oh, monumental. Looking for, uh, serial numbers. Parts to throw in. Keep the Belfast law guessing when things go BOOM! They asking or telling? Airy don't ask. Nikki could have done this in an hour. Fucking talk to her, man. Sort your shit out. You got kids? Wands on around someplace. None that I know of. And you've not got a goddamn clue the many ways a child can disappoint you. I'm pretty sure the feeling's mutual. Christ. Well, what do you need, Burt? Starters. More of these cars. You can put your hands on them and deliver them back here. That'll be a lot of help to me. I'll keep my eyes open. How you do that, lassie? You do that. Fuckin' dick. Fuckin' dick. So, now we have for him also a Nebenmission. We need to do it. Hmm, hmm, hmm. Where do we call him? Find three orange Samson Richmond Looks. Find the first one. The next one. This is our car. Yeah, yeah. Good, now we don't really need to find one way here. We can only find one way. Can I actually have a look at the time? They probably have a car. Das ist ein Schlagn. Oh, ich bin da. Oh! Ah, da ist er. Okay, parken wir mal ganz unabhängig her. Ach nee, ruf doch nicht die Polizei. Oh shit, da habe ich gesehen. Ah, das war der Polizei. Okay, da können sie sich nicht verstecken. Oh nee, da ist auch noch ein Polizist da vorne. Nehmen wir hier rein. Perfekt. Und hier an der Kunde verstecken. So. Warten wir ab, bis die... ...Polizei die Suche ablegt. Vorbei, wir können einen Rutschpunkt wechseln. Gerade ist hier keine Polizei draußen, außer der Typ, der da steht. Wir dürfen uns aber hier nicht sehen. Komm schon. Gib Gas. So weit entfernt wird das auch nicht. Also hoffe ich doch, dass jetzt mal kein Schreiben... Ah, jetzt muss unbedingt über die Straße gehen. Woollt er denn ein Wagen haben? Ach, es ist aber nicht mehr bahnt. Und dann gehts um nach에... Why will er denn ein Wagen haben? Ach, es ist ein.. ...Ja, da ist ja drin. Da ist ja los... ...wann die Fahrzeuge. Lieferung abgeschlossen. Finde den Nächsten. Hm, ja den Wagen kann ich jetzt nicht nehmen. Ich muss wieder einen neuen Wagen rufen. Das gehört aber noch zur Mission. Ja genau. Wollte schon sagen nicht, dass das schon die zweite Mission für den ist. Wir brauchen einen Wagen. Vielleicht lassen wir uns dann mal jetzt kommen. Lass uns mal den fahren und dann wieder raus. Er kommt da hinter uns. Oh, du musst hier einen Unfall bauen. Sieht aber auch aus wie ein Vosterwagen. Komm, steig aus. Ein Stallion. Oh ja, letztlich aufgefahren. Wie schnell er denn vorne. Und drifte. Ja genau. Ach, da vorn ist er. Und schon wieder muss ich mal die Polizei holen. Alles gute Bürger. Man bringt auch nichts, ich fahre mir jetzt hinweg. Wenn du die Verse einzeugen, kommt direkt der Nils. Ja, der Polizei hat sich aber auch nicht so interessiert, vielleicht haben wir Glück, wenn keiner kommt. Das gibt es nämlich auch in dem Spiel, in so Gegenden, wo viele Schwarze sind oder so Ghetto-Gegenden sind, da kommt die Polizei nicht gerne raus. Ja, er war gleich schon da, selbst wenn jetzt ein Polizist kommt. Ich glaube, ich direkt hier rum. Und jetzt den dritten finden. Ja. Dann würde ich sagen, holen wir uns an meinem Wagen und lassen wir uns mal den hier kommen. Ich bin in Punkt, aber fertig und ich brauche ein neues Set der Räume. Oh, nicht viel. Ich habe nur hier geäußert. Hier ist dein Auto, Boss. Das ist ein großer Wagen. Auch ein schneller Wagen. Zumindest alles schneller als die Standardautos, die man hier so finden kann. Wobei der hier, der Schlechteste von allen drei ist, die ich erwarte. Oh, wie ist er ja schade. Ich frage mich, ob es noch eine Möglichkeit gibt, Autos leise zu knacken. Das wäre doch mal was, ohne dass hier irgendwie... Irgendwie ein guter Bürger, so wie der da. Der die Polizei rufen muss, wenn er nichts Besseres zu tun hat. Okay, das dürfte es gewesen sein. Und jetzt wieder zu dem Typen hin. Und dann können wir jedem im Bereich zuweisen. Hoffe ich doch. Oh, der liegt auch hier. Okay, schauen wir mal. Jetzt müssen wir bei jedem... Genau, weise Cassandra. Jetzt können wir jedem einen zuwenden. Okay, und wie läuft das Ganze? Achso, immer so kleine Blöcke wahrscheinlich, die man zuweisen kann. Und wie machen wir das? Drücken wir mal drauf. Also, fangen wir mal bei Cassandra an. Äh, weise Cassandra. Ein Bezirk zu. Können wir das jetzt einfach mit einem Klick erledigen, oder? Ne, es ist ja Wegpunktsetzen. Oder sagen wir mal, ich möchte ihr das hier zuweisen. Ne. Da müssen wir, glaube ich, tatsächlich zu ihr hinfahren. Probieren wir es mal aus. Machen wir es mal mit dem Birg, wir sind ja direkt hier. Weise Birg, ein Bezirk. Das heißt, einfach wahrscheinlich wieder zu ihm hin. Mit dem Quatschen. Oder auch nicht. Hm. Okay, ich bin sicher, das findet man bis zum nächsten Mal raus. Hier machen wir erstmal Schluss und wir sehen uns zur nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, liken, subscriben und wie gesagt, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Bis dann.